Herzlich willkommen zu einem weiteren Retro-Adventure. Ich bin Lady Knight und wir wollen gemeinsam Déjà-vu Nightmare Comes True spielen. Und an der Stelle muss ich mich auch als erstes mal korrigieren, denn ich habe falsche Informationen im Internet verbreitet, oh mein Gott. Denn ich habe im Schlusswort von Maniac Mansion behauptet, dass Déjà-vu das erste Point-and-Click-Adventure überhaupt gewesen wäre. Und das stimmt so nicht ganz, denn ein Jahr vor Déjà-vu kam ein Spiel raus namens Enchanted Scepters und ich habe mir das jetzt auch nochmal angeschaut. Und ja, man konnte auch dort schon einige Sachen mit der Maus machen. Also die Maussteuerung war schon implementiert. Allerdings gab es auch noch sehr viele Dinge, die wirklich mit einem Text-Parser geregelt werden mussten, weil dafür war die Steuerung mit der Maus noch nicht ausgereift genug. Und das ist in Déjà-vu jetzt schon anders. Wir haben eigentlich die komplette Steuerung über die Maus und es gibt nur ganz wenige Stellen, wo wir wirklich eine Tastatureingabe machen müssen. Und das hat aber nichts prima mit der Steuerung zu tun oder so, sondern sind einfach spezielle Eingaben, die das Spiel dann halt erfordert. Aber das werdet ihr dann sehen, wie genau das abläuft. Und damit ist Déjà-vu eigentlich schon ein Meilenstein des Adventure-Genres. Ja, was mit Kingscars, also ja, Kingscars hat ja so ein bisschen das Grafik-Adventure berühmt gemacht und populär gemacht. Und Maniac Mansion hat letztlich die Point-and-Click-Steuerung berühmt gemacht und Déjà-vu ist so dieser Entwicklungsschritt dazwischen letztlich. Ja, weg vom Text-Parser. Trotzdem ist die Erzählform erinnert schon noch an Kingsquest, die Steuerung aber dann schon eher an Maniac Mansion. Wenn man das jetzt mal mit diesen beiden großen Spielen und dieses Genres vergleicht, steht Déjà-vu also so ein bisschen dazwischen. Und wir haben aber hier tatsächlich von vornherein die Steuerung mit der Maus gehabt. Und das ist ja auch der Unterschied zu Maniac Mansion, wo die ersten Versionen, also zum Beispiel die für den C64, die wurden nicht mit einer Maus gesteuert, sondern mit einem Joystick. Und das ist dann schon nochmal so ein Unterschied. Liegt aber daran, dass Déjà-vu 1985 von Icon Simulations speziell für den Apple Macintosh entwickelt wurde. Und der Apple Macintosh ist ja einer der ersten Personal Computer, die eine grafische Benutzeroberfläche hatten und als Haupteingabegerät die Maus. Dementsprechend sind auch die Spiele, die für dieses System entwickelt wurden, natürlich mit einer Maussteuerung ausgestattet, um das halt zu unterstützen, dieses Feature. Und deshalb wird Déjà-vu wirklich klassischerweise mit der Maus gesteuert. War eine große Besonderheit damals, gab es halt so nicht, hat auch noch eine Weile gedauert, als sich das wirklich alles so durchgesetzt hat. Aber, ja, also das ist eigentlich so ein richtig, richtig klassisches Point-and-Click-Adventure gesteuert, so wie wir es auch heute kennen. Ja, ich meine klar, Maniac Mansion ist auch ein Point-and-Click-Adventure, weil es hat keinen Textparser mehr. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied, ob man das mit einem Joystick oder mit einer Maus steuert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Déjà-vu ein unbekanntes Adventure ist. Der ein oder andere kennt vielleicht die Version für das Nintendo Entertainment System, also für das NES. Oder eventuell sogar einen anderen Titel aus der McVenture-Reihe, nämlich Shadowgate. Da gab es auch eine Version für das NES. Ist vielleicht möglich, dass das eher bekannter ist als Déjà-vu. Was ist jetzt aber eigentlich ein McVenture? Ja, setzt sich zusammen aus Macintosh und Adventure. Ist also von Icom Simulations eine Adventure-Reihe, die sich aus vier Titeln zusammensatzt. Es wäre zum einen Déjà-vu, dann haben wir den direkten Nachfolger Déjà-vu 2 und dann Ununwritet und das bereits erwähnte Shadowgate. Déjà-vu ist jetzt mehr so eine Art Krimi. Also das Ganze spielt in den 1940er Jahren in Chicago und wir müssen dort letztlich einen Kriminalfall lösen. Was ganz interessant ist und es gibt natürlich verschiedene Versionen. Ich habe jetzt schon länger überlegt, welche ich jetzt eigentlich nehmen will, weil wir jetzt sehen können, ich habe jetzt hier schon die Auswahl zwischen der Mac-Version, also der ursprünglichen Version für den Apple Macintosh. Ist halt schwarz-weiß, finde ich, passt aber eigentlich ganz gut in diese Zeit, ja, 1940er Jahre, Chicago. Ja, dieses monochrome schwarz-weiß, finde ich, passt irgendwie dazu und das streicht den ganzen Charakter, finde ich, nochmal so ein bisschen. Dann haben wir hier die Apple II-Version noch mit. Und ich hätte auch noch die DOS-Version. Die habe ich jetzt aber schon wieder gestrichen, weil die hat halt CGA-Grafik und ist leider nicht so gut umgesetzt. Muss ich wirklich sagen, sieht jetzt im Vergleich zu den anderen Versionen doch wesentlich matschiger irgendwie aus, unschärfer. Und ja, die CGA-Grafik bringt jetzt nicht unbedingt noch irgendwelche besonderen visuellen Ergüsse, dass man das unbedingt gespielt haben müsste in dieser Version. Und ich habe mich jetzt letztlich für die Mac-Version entschieden. Wie gesagt, ich mag dieses Monochrome und die Grafiken sind tatsächlich ein bisschen hochauflösender. Auflösender und durch dieses Schwarz-Weiß auch ein bisschen detailreicher. Ich finde, es ist eigentlich die schönste Version und dementsprechend werde ich also diese spielen. Es gab natürlich jetzt nicht nur die drei, die ich jetzt aufgezählt habe. Es gab auch eine Version für den C64, für den Amiga, für den Atari und NES hatte ich ja schon gesagt. NES-Version ist dann natürlich nochmal ein bisschen anders, weil man das natürlich mit dem Gamepad spielt. Ja, aber wie gesagt, wir werden also die Mac-Version uns anschauen und ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Wahl. Eine Sache vielleicht noch, das Spiel ist auf Englisch. Es gibt keine deutsche Version und ich werde versuchen, das wieder so gut es geht, ins Deutsche zu übertragen. Klar ist derjenige, der jetzt Englisch beherrscht und mitlesen kann, ein bisschen im Vorteil, weil gerade irgendwelche Wortwitze oder sowas, die kann ich natürlich nicht eins zu eins großartig immer übersetzen. Das funktioniert nicht so gut. Von daher wäre das schon ein Vorteil, aber diejenigen, die eben Englisch nicht so gut beherrschen, werden zumindest eine sinngemäße Übersetzung von mir bekommen, auf jeden Fall. Und vielleicht noch was. Das, was wir jetzt hier sehen, das ist praktisch, das ist schon eine Art Remake, würde ich jetzt sagen. Das ist ein Remake oder mit diesen ganzen Begriffen, die werfe ich sowieso durcheinander. Auf jeden Fall ist das nicht über einen Emulator gespielt, sondern Zoojoy, diese Firma, also diese Version, die ihr jetzt hier seht, rausgebracht hat 2015, die haben die Originalkrafiken genommen aus dem Spiel und dann aber den Rest neu gebaut, sage ich jetzt mal, sodass das halt für die heutige Hardware funktionsfähig ist. Die Versionen gibt es auf Steam zu kaufen, kann man als Bundle kaufen mit allen vier McVenture-Spielen, sowohl in der Mac-Version als auch in der Apple-2-Version für wirklich wenig Geld, irgendwie sieben Euro oder so. Also das lohnt sich dann schon mal, wer sich für sowas interessiert, kann da, denke ich mal, getrost zugreifen. Die sind eigentlich alle gut, die Spiele. Kann man jetzt nicht sagen, ist auch für jemanden was, der es vielleicht noch nie gespielt hat. Und ich denke, das sind Retro-Adventure, die man auch durchaus heute noch gut zum ersten Mal spielen kann, ohne dass man dafür jetzt unbedingt eine Lösung braucht. Ja, das würde ich jetzt zum Beispiel bei den alten Sierra-Spielen nicht unbedingt sagen. Da braucht man schon sehr langen Geduldsfaden, aber hier geht das eigentlich ganz gut. Das kann man auf jeden Fall auch mal so machen. Ja, jetzt bin ich ja wirklich fertig und da wollen wir natürlich als nächstes ein Spiel starten, machen wir aber erst im nächsten Video. Also bis dahin, tschüss! Ja, jetzt bin ich ja gleich! Ja, jetzt bin ich ja!